Nach einem legendären ersten Schuljahr kehren Harry und seine Freunde nach Hogwarts zurück in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Lass dich verzaubern, wenn ein Live-Orchester John Williams unvergessliche Musik spielt, während der komplette Film auf der Leinwand zu sehen ist. Sei beim magischen Konzerterlebnis dabei. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017